Den Amtsantritt von Quasi aka Max Eberl, der... Ihr wisst es noch nicht, aber das ist der Beste hier. Ja, Quasi ist der Beste hier. Quasi ist der Beste hier, Max Eberl vielleicht nicht. Groß wie ein Gartenzahn, Quasi, ne? Ja, aber der Beste. Das muss man betonen. Max Eberl ist neuer Sportvorstand des FC Bayern München. Das an sich ist jetzt keine große News, das haben wir alle gewusst, dass das passieren wird. Aber er hat jetzt quasi seine Antrittspressekonferenz gegeben und so ein bisschen den Ton gesetzt für die nächsten Monate, aber auch für das, was dann über das Saisonende hinaus beim FC Bayern ansteht. Ja, und der Grund dafür, dass Max Eberl jetzt schon etwas früher als geplant, glaube ich, ja auch den Job antritt, ist natürlich, dass beim FC Bayern höchstwahrscheinlich der größte Umbruch der letzten zehn Jahre ansteht im Sommer. Ja, es fühlt sich nicht ganz so kaputt an wie Post-Klinsmann, das würde ich nicht sagen. Aber so ein bisschen habe ich schon das Gefühl, dass ähnlich wie es damals auch war, eingeleitet dann durch Louis van Gaal, dass der FC Bayern einen neuen Zyklus braucht. Ja. Einen Neustart und dass ich auch glaube, dass es vielleicht mehr als ein Jahr dauern kann, um die Mannschaft nicht meisterschaftskonkurrenzfähig zu machen, aber konkurrenzfähig zu machen, wie der in der internationalen Spitze, dass da ein neuer Kreislauf angestoßen werden muss mit neuen Gesichtern, neuen Trainern und auch neuen Entscheidungsträgern, zu denen Max Eberl dann ja auch zwangsläufig mitgehört. Ja, und ich glaube, dass der FC Bayern meisterschaftsfähig ist. Das werden wir auch in der kommenden Saison erleben wieder. Ob sie meister werden, ist ein anderes Thema, aber die werden natürlich vorne dabei sein. Und du hast es gesagt, wir reden nicht das erste Mal darüber, dass der FC Bayern einen Reset braucht, dass es einen frischen Start braucht. Great Reset, Bayern-Version. So ist es. Und es ist natürlich interessant, dass man da jetzt Max Eberl doch in meinen Augen relativ klar als den Mann auserkoren hat, der diesen Umbruch anführen soll. Und die Personalie Max Eberl ist ja schon eine spannende in Fußballdeutschland. Ja, man muss sagen, glaube ich, bevor Max Eberl diesen Abgang aus Gladbach hatte, dann seine unrühmliche Wiederkehr bei Rasenballsport Leipzig, das sehr kurze Kapitel da, was ihn ja auch eigentlich fast alle Sympathien gekostet hat im deutschen Fußball, in der breiten Öffentlichkeit. Davor, würde ich sagen, war aufgrund seiner Vita. Max Eberl hat ja Jugend beim FC Bayern durchlaufen, hat, glaube ich, ein Spiel für die Profis gemacht, aber kommt auch eben von dort durch seine Vita einmal, aber auch durch seine Leistungen bei Gladbach. Und wir sind uns alle einig, hat Gladbach nicht in dem Zustand hinterlassen, wie er es hätte tun sollen. Aber trotzdem ist er ja der Architekt des Aufschwungs dieser Mannschaft, dieses Vereins gewesen. Der Weg von Max Eberl zum FC Bayern in irgendeiner Funktion, der war eigentlich schon seit vielen Jahren vorgezeichnet, würde ich zumindest sagen. Ja, er hat ja auch wirklich mit diesem Amt kokettiert, also jetzt nicht unbedingt mit dem Amt, aber mit dem FC Bayern und einer Anstellung beim FC Bayern lange kokettiert. Und die Fehler, die er bei Gladbach gemacht hat, die größten Fehler, die man ihm vorwerfen kann, sind Fehler, die beim FC Bayern nicht so richtig drohen. Denn das waren ja häufig die Probleme von nicht verlängerten Verträgen und dann ablösefreien Abgängen. Ja, von so Davies, mal gucken so. Also nicht ablösefrei, aber vielleicht weniger Kohle, als man hätte kriegen können. Das ist absolut richtig. Was ich nur sagen will, ist, wir haben heute im Zug darüber gesprochen, Real Madrid ist natürlich, wenn Real anklopft, dann muss jeder Verein buckeln. So ist es nun mal. Der einzige Verein, der in der Nahrungskette, in meinen Augen, klar und deutlich über dem FC Bayern steht. Genau, wo man wirklich klar sagen muss. Und was ich nur sagen will, ist, es gibt halt nur Real Madrid in der Nahrungskette drüber. Und bei Gladbach war es eben viele Spieler, die Ambitionen hatten, größere Vereine international zu spielen. Das ist beim FC Bayern alles gegeben. Also da sehe ich weniger Gefahr. Aber darum geht es ja auch eigentlich gar nicht. Sondern es geht um Max Eberts Zukunft beim FC Bayern München. Und klar ist natürlich auch, es ist kein Zufall, dass man ihn ranholt in der Phase der Trainersuche für die neue Saison. Da wird Max Eber ganz entscheidend mit dabei sein. Hat sich ja auch über Xabi Alonso schon geäußert. Xabi Alonso wollte er schon vor vier Jahren zu Gladbach holen, vor drei Jahren zu Gladbach holen, irgendwie sowas. Wir erinnern uns alle an die Meldung, die damals rumging und sich dann doch nicht bewahrheitet hat. Ein sehr, sehr spannender Versuch. Und ich glaube, dass der FC Bayern auch trotz der anders lautenden Meldungen aus den letzten Tagen, vor allem aus England und Spanien, sich immer noch gut im Rennen sieht bei Xabi Alonso. Und da bis zum letzten Moment kämpfen wird, kann sie können. Kämpfen wird wahrscheinlich ja. Ich sehe nicht, dass sie sich dort in diesem Kampf durchsetzen werden. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, das Thema müssen wir nochmal aufmachen. Das Argument gegen Liverpool bleibt, dass das Klopp-Erbe sehr, sehr undankbar ist. Das ist der große Faktor, der damit reinspielt. Du hast ja gesagt, für die Trainersuche geholt. Dazu passt auch, finde ich, wie Max Eber sich auf dieser Pressekonferenz geäußert hat und in welcher Reihenfolge er sich geäußert hat. Ich zitiere ihn da mal. Dazu nehme ich mein Handy zur Hand. Er hat gesagt, einen passenden Trainer finden und dann die passenden Spieler, die zu Bayern München und zu unserem Trainer passen. Also eine klare Reihenfolge festgelegt. Die brauchen erst einen Trainer. Dann müssen wir rausfinden, wie will dieser Trainer. Also im Jahr finden sie es vorher raus. Und dann passend zum Stil des Trainers, zu den Präferenzen des Trainers, Spielermaterial einkaufen. Also wieder eine Idee, eine übergreifende Idee haben, nach der der Kader auch gebaut werden kann. Dass du halt auch da, finde ich, eine Synergie erzeugen kannst aus Trainer und Spieler. Die hast du jetzt zum Beispiel mit Thomas Tuchel nur bedingt gehabt. Weil klar ist, die Mittelfeldspieler zentral, ein Mittelfeldspieler, die Bayern hatte, sind nicht die Profile, die Thomas Tuchel sich vorgestellt hat für sein ideales Mittelfeld. Das haben wir mitbekommen. Haben wir laut und deutlich mitbekommen. Und da geht es, glaube ich, darum, da anzuknüpfen. Spannend finde ich ja auch, also Max Eberl wird in Deutschland kein Sympathieträger in der breiten Masse mehr werden. Perfekt. Perfekt. Ja. Weil ich glaube, das Gute für ihn ist persönlich, beim FC Bayern, auch wenn, da wird es im Anhang auch zu Recht, Skeptiker, Kritiker geben, die aufgrund seiner RB-Nummer und all dem Kram auch kritisch auf ihn schauen. Richtig so. Aber du kannst, glaube ich, fast jedes Fanlager durch Erfolg auf deine Seite ziehen. Ja. Über die Jahre zumindest. Und das, glaube ich, kann ihm gelingen. Wenn das gelingt, also beim Rest kann es ihm egal sein, weil er ist beangestellt bei einem Verein, zu dessen Idee es gar nicht dazugehört, gemocht zu werden von anderen. Ganz im Gegenteil ja sogar. Mir ist an mir, euer Hass ist unser Stolz und sowas. Das ist bei den Bayern sogar eigentlich gerne gesehen. Und ich glaube auch, dass diese Personalie, das wird so ein vergleichbarer Verlauf, so schwer das zu vergleichen ist, mit Manuel Neuer im FC Bayern. Das weißt du, dass man bestimmt am Anfang laute Stimmen haben wird, die sagen, ey, wir wollen den Typ hier nicht. Werden keine Korn-Max, Korn-Crazy-Plakate hochgehalten. Aber da wird es Stimmen geben. Korn-Crazy. Aber genau wie du sagst, er wird sich halt über, wenn sie Erfolg haben, und beim FC Bayern, das ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass sie Erfolg haben, dann wird er darüber sich diese Partien holen. Und am Ende ist es dann einer aus der eigenen, aus der eigenen Jugend, aus München. Das passt schon sehr, sehr gut zusammen. Und wir machen erst mal deinen Punkt. Ich will deinen Punkt eigentlich machen. Denn wir sind ja heute schon gemeinsam Zug gefahren, haben schon viel sprechen können. Und du hast richtigerweise gesagt, dass der Zeitpunkt für den Einstieg von Max Eberl ja auch absolut perfekt ist. Weil jetzt gerade ist der FC Bayern, zumindest was die offizielle Ämterbesetzung angeht, relativ führungslos. Klar, im Hintergrund wird irgendwie nur Uli Hülis seine Finger im Spiel haben. Es droht Misserfolg. Also eine Saison ohne einen einzigen Titel, die erste seit Ewigkeiten. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um als neue Person Machtfülle an dich zu reißen, Machtfülle zu haben und selber ganz, ganz aktiv mitgestalten zu können. Ja, immer in so planlosen Zeiten. Und es klingt viel dramatischer, als es bei FC Bayern ist. Wir reden von der Mannschaft, die zehnmal in Serie Deutscher Meister... Elfmal? Elfmal? Zehnmal Deutscher Meister geworden ist. Ich glaube elfmal. Scheißegal. Scheißegal, aber ne. Und jetzt aktuell, wenn es weiter ist. Also denen geht es schon tendenziell gut. Aber in solchen Phasen ruft man dann eben nach starken Führungskräften. Das ist einfach ein Gang, den man nicht nur im Sport so kennt. Ja, und ich glaube, wenn man auf Hasan Salihamidzit schaut und auf Oliver Kahn, der eine war rhetorisch, der andere vom Gemüt her, glaube ich, nicht in der Lage, das wieder zu beleben, was beim FC Bayern lange, lange gab, nämlich die Abteilung Attacke. Die war non-existent. Und Max Eberl hat das, glaube ich, das Repertoire dafür, erstens. Und, glaube ich, mittlerweile ja auch so ein bisschen halt die Vita. Er hat das Standing. Also er hat, glaube ich, die Sympathiewerte werden deutschlandweit ähnlich sein wie bei Uli Hoeneß. Und das ist ja eigentlich der Mann, an dem man sich messen lässt. Milde für Max Eberl. Er tut so viel Gutes. und bei den Bayern ist er jetzt ja in der, hat ja auch in der Kommunikation sehr, sehr klar immer wieder Christoph Freud. Freund. Ich werde den Namen niemals mehr merken. Melon. Ja. Christoph Melon. Richtig, Sprichfreund. Und er hat mehrfach gesagt Partner und Augenhöhe und also klar kommuniziert. Es war ihm sehr wichtig zu betonen, dass er nicht da ist, um Christoph Freund zu sagen, wie er seinen Job machen soll. Ja, so ist es. Aber ich glaube, wir machen uns auch nichts vor. Max Eberl ist der neue starke Mann beim FC Bayern. So ist zumindest meine Lesweise. Und ich frage mich, ob es im deutschen Fußball jemals einen Job gab, der eine solche, so viel Macht mit sich bringt, wie Max Eberl jetzt gerade bekommt beim FC Bayern München. Denn diese Macht war immer bei Uli Hoeneß in irgendeiner, und Uli Hoeneß, wir glauben beide, dass er immer noch die graue Eminenz beim FC Bayern ist, glaube ich. Ja, absolut. Aber das ist schon eine Stelle oder ein Job, den er jetzt annimmt, wo er richtig Impact haben kann, wo er mit richtig viel Gestaltungsfreiheit dem FC Bayern eine neue Richtung geben kann. Und das wird sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Ja, und der hat das selber auch als Anspruch formuliert. Er hat gesagt, glaube ich, es muss möglich sein, erfolgreich zu sein und gleichzeitig das Team weiterzuentwickeln. Also er hat auch gesagt, wir brauchen Topstars, aber wir brauchen auch Spieler wie Matthias Tell. Und ich glaube zum Beispiel, dass es kein Zufall ist, dass Matthias Tell namentlich erwähnt worden ist. 100%. Denn er hat auch gesagt, wir brauchen wieder eine Mannschaft, die für Nachhaltigkeit steht und die den Leuten die Möglichkeit zur Identifikation bietet. Und das ist ja auch eine große Bausche... Harry Kane in the mud, Alter. Harry Kane in the mud. Wie sehr kann man Non-Menschen gegen jemanden schießen? Ja, aber es ist ja eine große Aufgabe, die der FC Bayern hat, einmal für den Verein, also mannschaftlich, sportlich, intern, das weiterzugeben, diesen Staffelstab. Aber also was passiert nach der Generation Neuer Müller? Ja. Ich finde, also Goretzka ist ein Wackelkandidat für den Wechsel. Ich glaube, der ist gone. Ist eigentlich wahrscheinlich sogar weg. Dann bleibt noch ein Kimmich übrig. Das war es eigentlich dann auch schon. Also wer sind die Nachfolger? Und dann, wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, Musiala hat das Potenzial, da reinzuwachsen. Aber Matthias Tell, weil er eben so früh zum FC Bayern gekommen ist, das ist kein Jugendprodukt des FC Bayern, kann aber auch, glaube ich, so eine Rolle ausfüllen als Identifikationsfigur. Und ich glaube, es ist wie gesagt kein Zufall, dass es betont worden ist, weil Matthias Tell hätte Untertuchel, glaube ich, sich mehr Spielzeit auch gewünscht und vielleicht sogar auch verdient gehabt an der einen oder anderen Stelle. Und das wäre ganz wichtig, glaube ich, für den Verein, den weiterhin auch davon zu überzeugen, dass der Klub der Richtige für ihn ist. Es wird jetzt sehr, sehr spannend zu sehen sein, welche Positionen, also wirklich Positionen auf dem Feld dann der FC Bayern im Sommer vornehmlich attackieren wird. Wir gehen von dem Alphonso-Davis-Abgang aus. Aber mal gucken, Alter. Also der hat ja gesagt, der wird die Gespräche nochmal aufnehmen. Ich glaube, wie gesagt, wir haben das schon einmal jetzt gerade klar gemacht. Ich glaube, wenn Real Madrid bei Alphonso-Davis anruft, dann ist der Weg vorgezeichnet. Aber auch das wird er nochmal angehen. Und wir haben uns so ein bisschen auf Linksverteidiger, Sechser, einen Offensiven. Und ich bin der Meinung, sie werden halt einen Innenverteidiger holen, weil ich glaube, Upa Mekano hat einmal zu vielen wichtigen Fehler gemacht, um beim FC Bayern umstritten zu sein. Und dann hat er ja wirklich direkt im Sommer die Aufgabe, im Idealfall eine neue Achse beim FC Bayern München zu etablieren. Da geht es um eine Achse, um nichts anderes. Da geht es um eine neue Achse. Und ich glaube auch, die Linksverteidiger wird einfach nötig sein, wenn Alphonso-Davis geht. Ich glaube, also Theo Hernandez liegt so nah als Name. Aber das wäre halt ein Transfer, der eventuell mindestens genauso teurer wird, wenn nicht sogar teurer als das, was du kriegst für Davies. Und dann nimmst du dir automatisch fast Geld weg für, dass du noch andere Positionen brauchst, eigentlich vielleicht sogar noch dringender. Und ja, ich sage auch Sechser noch dazu. Und ich hätte gesagt auch, irgendwie einen offensiven Starspieler, vielleicht irgendeinen Wechsel noch. Also Harry Kane war auch schon so einer. Aber Harry Kane hat auch auf der Grund der Art und Weise, wie er ist, schillert nicht so sehr. Trotz des Preises, trotz der Tore, der schillert nicht so sehr. Das ist kein Superstar-Typ, so Popstar-mäßiger. Und irgendwie das Gefühl, der FC Bayern bräuchte im Sommer noch jemanden, der so ein bisschen sagt, übrigens, wir sind da und wir melden hier Ansprüche an. Bin sehr gespannt darauf, weil ich glaube, Max Eberl hat auch bei uns Sympathien nicht nur verspielt, im Sinne von, dass nur noch wenige da sind, es sind eigentlich kaum noch welche da oder keine. Also kann man glaube ich so sagen. Aber der Mann hat einen Track-Record, der zu gut war, über zu viele Jahre, als dass ich mich hier hinsetze und traue zu sagen, Max Eberl wird scheitern beim FC Bayern. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das wird gut funktionieren. Ich glaube, da kommt zusammen, was schon lange zusammengehört bei Bayern und Eberl. Übrigens werde ich die Transferperiode die Achse des Crazy bezeichnen, nennen im Sommer dann. Und ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich habe nichts mehr beizutragen. Hast du noch was? Ich auch nicht. Ja. Abonniert diesen Kanal. Abonniert diesen Kanal. Dank Crazy. Er ist der Beste hier. Und passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschö.